Knights of the Old Republic, geschrieben von John Jackson Miller, eine der besten Star-Wars-Comic-Reihen überhaupt. Und wir nähern uns stetig dem Ende. Und heute reden wir über die Story-Arc Fatale Duelle, im Original Dueling Ambitions, das sind die Ausgaben 39 bis 41. Zane Carrick und seine Freunde treffen auf einer Raumstation ein, wo Gladiatorenkämpfe durchgeführt werden. Und Zane will einfach daran teilnehmen. Er freut sich wie ein kleines Kind, er war schon immer interessiert an dieser Form der Unterhaltung. Der aktuelle Champion der Gladiatorenkämpfe will raus aus dem Geschäft. Es ist ein sehr korruptes Geschäft und er will entlarven, dass man Sklaven für die Kämpfe einsetzt. Aber die Verantwortlichen ziehen dann ihr böses Ding durch, denn sie setzen seinen Sohn als Druckmittel ein. Sein Sohn will sich nämlich in diesen Kämpfen beweisen und die Kämpfe können durchaus tödlich sein, wenn was schief geht. Selbstverständlich wird sein Sohn mit Zane Carrick in ein Team geworfen und jetzt muss Zane hier eingreifen und die Situation retten, damit alles am Ende gut wird. Und so läuft es natürlich auch nach einigem Chaos und der Champion und sein Sohn können dann gemeinsam fliehen. Und das ist alles wieder voll mit netten Momenten, guter Charakterarbeit, gutem Humor. Und das Ende der Story ist auch sehr interessant. Denn als unsere Gruppe hier an ihrem nächsten Halteort ankommen und der Champion Jereel sieht, stürmt er wütend davon, denn er erkennt Jereels Tätowierungen. Das sind Zeichen einer Gruppe von Sklavenhändlern. Was Jereel Zane gegenüber dann auch gesteht, dass das so ist. Also wir enden hier mit einem großen Cliffhanger. Und ab hier wird es dann so richtig deutlich, diese zweite Hälfte, wie ich es nenne, der Kotor Comics, ist eher auf Jereel fokussiert. Und hiermit beginnt auch wirklich die Story über die Sklavenhändler, die erledigt werden müssen von unseren Helden. Ganz am Ende der Story wird uns auch noch ein neuer Charakter vorgestellt, nämlich eine Zeltronerin namens Shantik, welche Teil der Sklavenhalter Organisation ist. Genannt die Feuertaufe, im Original Crucible. Und es wird noch nicht erklärt wieso, aber sie hat ein persönliches Interesse an Jereel und will Rache an ihr. Ich kann nicht genug betonen, wie gut Knights of the Old Republic ist. Diese Story-Arc ist auch wieder sehr spaßig. Erneut, gute Charaktere, guter Humor, gute Grundstory und spannende Cliffhanger. Ich wünschte, ich könnte was kritisieren. Ich nehme an, das Einzige, was man kritisieren könnte hin und wieder, sind die Zeichnungen. Die haben mich in diesen Ausgaben jetzt nicht gestört. Also, das ist gut. Wie gesagt, der Zeichenstil ist das Einzige, was hin und wieder mal schwankt. Hier in dieser Reihe, aber ansonsten, John Jackson Miller, das hier ist sein Magnum Opus. Also, nächstes Mal geht es weiter mit Ausgabe 42, Masks.